So, hallo, da sind wir wieder. Da ist unser Drachi, der sich am Auerwerk festhält. Jetzt gehen wir wieder hier runter. Es ist, denke ich, fast die beste Möglichkeit. Wollte ich das jetzt auch? Au! Wo ist der Ritter? Ich schreibe hier. Ach so, da unten läuft der Ritter. Okay. Solange du mich in Ruhe lässt, ist mir das relativ Wurst. Du siehst hier deine Kreise. Pamp. Lass mich in Ruhe. So. Wääh, wääh. Wo ist er? Ist der Ritter jetzt hinterher gekommen? Ich hoffe, es braucht man nie. Oder? Ja, ja. Du, komm ruhig. Komm. Komm. So, jetzt kommt hier gleich unser Kumpel, komm. Ach, der kommt vom Mauerwerk. Der kommt ja nicht von oben, sondern der kommt hier vom Mauerwerk hoch. Hier werden wir es noch einmal versuchen. Wir wissen ja. Ja, es hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Es ist immer noch das alte Gamebett. Ich werde aber definitiv ein neues kaufen. Wieso kann ich das nie? Jetzt ist es ja gar nicht. Ja, hä? Doch. Kill alles. Ist mir Wurst. Ist mir absolut Wurst. Kann ich dich noch befehlen? Kann ich dich noch befehlen? Ja, klar. Durch die Wand. Durch die Wand hast du uns erwischt. Kannst du irgendwas schießen? Ich hoffe doch. Aber ich finde es gut, dass wir auf jeden Fall die Zeile hochgeflossen haben. Ich finde es auch gut, dass wir ein eigenes Kumpel haben. Ah, es hat ein Item liegen gelassen. So, ging es dann aufnähen. Ne Clout. Was ist die Glut? Ich will das wissen. Glut. So. Er hält Stärke der Flamme. Steigt TP bis zum Tod. Ach, das ist vorübergehend. Denke ich. Aha. 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 Und das ist vorhin. Das ist ein Battle-Strike. 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 Ist mir Rost. Hier wird eine Gebette. So. Was haben wir hier? Kleine? Das sieht mir nie unbedingt so einladend aus. Also. Hm. Hm. hmmm dort läuft auf jeden Fall eher nur spazieren Kann ich dich anvisieren? Nein Kann ich dich mal kurz abschießen? anscheinend auch nicht auf jeden Fall ist es ein Ritter der um dich nie unbedingt was aushält aber schon das ÖM Anfang Hatschein okay äh ja Kann ich hier irgendwie wieso ruckelt das schon wieder? Ich habe gerade eben geguckt gehabt da stand dort Performance Einwandfrei alles in Ordnung alles IÖ ach Gang ich habe mich ganz vergessen so ich habe mich ganz vergessen so ich habe nur 3 Estus-Glas was willst du? so 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 hast du was liegen lassen? nein ich habe nur 3 was willst du? aber hier geht es nach unten hier ist ein schwarze Feuerbombe wir steigern uns langsam hier war doch gerade eben noch oh da steht er und 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 vor sich her und und vor sich her macht das macht mich wirklich clever ähh Kollege wo bist du? wo guck? da steht jetzt bestimmt irgendwo wo direkt unter mir und und ich kann den nicht anbieten ok der wärmer wohl oder übel hier rein müsste war ich hier schon? nein nein hundertprozentig nein oh hier sind irgendwelche und totten Jäger Amulet hier steht erstmal ein Pfepperwetter hier steht erstmal ein Pfepperwetter Jäger Amulet was macht das? hm hallo hallo guten Tag nein das das sehe ich gar nicht eigentlich das sehe ich nicht eigentlich waaa das sehe ich nicht eigentlich waaa Kollege Nein nein sch scheiße leise jetzt sind wir an dem vorbeigekommen der... neh 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 ja scheit ahh drachenschuppenring ja hm hm Ja. Ach. Ach. Komm her. Komm, du bist ohne Ripper. Komm her. Wieso kann ich den? Wieso mach ich den? Wieso mach ich den? Boah. 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 Ich bin hier so gut in Pariam. Ich habe das in den anderen Teilen von mir unbedingt so drauf gehabt. Ich habe es zwar gemacht, ab und zu mal. Aber ich hatte es nicht so gut drauf. Ich hatte es nicht gut drauf. Wurfmasker. Komm Wurf. Tschüss. Kommst du hoch oder bleibst du unten? Oder... Entscheide dich bitte. Bis du dich entschieden hast. Ja klar. Jetzt hat er sich entschieden. Jetzt hat er sich entschieden. Gerade ruhig auf den Kurs. Ja. Aber ich bin guter. Daneben. 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 Willst du mir sagen, was ich jetzt... Jetzt gibt es hier jetzt wieder ein Item, aber... Hey, diesmal gibt es sogar kein Item. Sau! Du kleine Sau! So, ruckel, ruckel, ruckel. Das kennen wir ja mittlerweile schon. So, dann kontrolliert wieder der Größere doch. Wie sieht er mich jetzt hinter der Ecke? Das ist... Das ist da eigentlich... Das ist da vorne immer. So... Game over. So... Du hast diesmal was... Hose eines Disserteurs. Hm... Hier ist mein... Und so... Mich würde es immer noch interessieren... Weil er eine riesen Liege in der Hand hat. Neben die Soldaten hier unten hinten. Und das interessiert mich auch. Was ist das? Wie kannst du das? Aha... Und diese trifft er mich. Das ist doch... Nee... Das geht doch gar nicht. Jetzt! Wir haben keine Estusflasses mehr, aber wir haben den Ritter verkalt gemacht. Wir haben einen Großschirm. Kann ich denn tragen? Nein! Uns fehlt... Was? Benedikt, da dreht du... Boah... 36 Stärke! Willst du mich verarschen? Was? Oh, fuck! Oh, fuck! Jetzt kann man kaputt machen, okay... Vorsicht! Vor links! Große Sprüche links. Deswegen gehen wir jetzt mal hier an. Grüne Blüter. Ah, Wundi hat uns gesehen. Da ist unsere Vorsicht. Da war ein Breitschwert. Ist das vielleicht besser als unseres? Unseres macht 105. 117. FP Kosten 17 zu 20. 14. Hm. Kettenbrecher. Stoßschwert. Ach, Kettenbrecher und Panzerbrecher. So, gucken wir mal. Na, ist ein bisschen langsamer. Ist ein bisschen langsamer. Aber, macht bestimmt ein bisschen mehr Schaden. Was ich da ganz stark hoffe. Jetzt müsste ich hier runter. Wir haben keine Estusflagons mehr. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Was macht das? Beschleunigt vorübergehend. Ausdauerregeneration. Er hält Stärke der Flamme. Steiger TP bis zum Tod. Das ist alles ganz nett. Aber, wir bräuchten was zum Heilen. Ruckel. 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 Hm. Was? Nichts vorausfallen. Ah. 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 Was ist das? Ok. Können wir den anderen Schild benutzen? Ah, wir werden... Ah. Kacke. Da sind wir doch bei 30 Kilo. an sich ist der komplett besser als uns das was wir bisher genutzt haben aber wir werden immer schwerer und schwerfälliger ich drücke einmal seht ihr das einmal gedrückt jetzt ging es bling bling irgendwie entweder ist die taste dreckig oder irgendwie das war das warte mal hier ist axtypie kann ich euch vielleicht auch dazu bewegen hier zu mir hoch zu kommen zum beispiel indem ich dich mag ja das ist gut das ding zieht eine ausdauer kinder unsere seelen sind weg aber wir haben ein neues schwertchen wir haben ein neues schwert ja ihr habt richtig gehört wir haben ein schwert was wir nicht unbedingt so nutzen können aber wir haben ein schwert wieso geht ja ja hallo Komm hoch, komm. Na komm. Ich wälte ganz gerne von hier, wälte ich schon ganz gerne das Schwertchen haben. Boah. Boah. Wieso? Oh, fuck. Jetzt sind wir uns ne ganzen Seelen weg. Der hat mich... Eiskalt hat er mich jetzt... Ah, Entschuldigung, das ist jetzt so leicht mal. Scheiße. Der Drecksritter. Der dreckige... Das dreckige kleine Aas, das Elende. Das dreckige kleine Aas, wo ist jetzt der andere? Ah, da drüben läuft er. Oh, wieso tut er das neben mir? Ich habe jetzt extra gedrückt, dass er sich heilen soll. Was hat er gemacht? Nee, das was er sollte. So. Jetzt warte ich auf den Ritter, wenn er denn irgendwann mal hochkommt. Hallo. Was bist du denn, Ferna? Oh, oh. Warte doch. Wo bin ich jetzt hinrenne, ganz, ganz schnell. Hä? Scheiße. Ich würde sagen, das war ein Satz mit X, nämlich das war nix. Ich kann die nicht mehr hinrufen. Ich kann nicht mehr durch. Ich bin wieder hinrufen. Oh, weißt du, das ist gar nicht zuhörst. Oh, weißt du, das ist gar nicht zuhörst. Oh, weißt du, was ist das. Oh, weißt du, das ist gar nicht zuhörst. Und dann hat er etwas zuhörst. Ich gucke, das ist ein Scheiß. Weg, Boss. Okay. Also, man merke, wir brauchen mehr Pfeile. Sehr viel mehr Pfeile. Es ruckelt jetzt gerade eben wie Sau bei mir. Ich hoffe, dass es nie unbedingt so in der Aufnahme ist. Ich hoffe wirklich, dass das nicht unbedingt so in der Aufnahme ist, dass das jetzt gerade so morgens ruckelt dort. Nichts. Den gibt es nicht mehr, den gibt es doch nicht mehr. Werder, haufenweise Schwerder. Versuch Sturzangriff. Sturzangriff? Na, versuch's mit Zauberei. Irgendwie hat er sich jetzt gerade eben selber schaden. Oh! Ohohoho! Ohohoho! Aus der Höhe probiere ich bestimmt keinen Sturzangriff. Das ist mein sicherer Tod. Ist das. Aber, aber, aber. Oh verdammt. Das geht nie. Ich hab gedacht, dass ich vielleicht nur jetzt ganz intelligent bin. Und hier vielleicht schon an der anderen Seite rangehe. Aber. Nein. Wer hätte es denn geahnt? Scheiss. Wenn ich jetzt loslasse. Und. Nicht schnell genug weg. Oh nein. Das. Das. Ja Gott. Das macht mich fertig. Fertig macht ihr mich. Fertig. Scheisse. Fertig. So. Komm. Ein bisschen. Ein bisschen. Ihr macht mich herrlich. Tschüss. Tach. Tach. Ich könnte bestimmt die Familie schnell genug hin. Oder? Na. Jawohl. 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 Okay. Man sieht. Geschwindigkeit ist alles. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Wir hatten unsere Seelen wieder. Wir können es nochmal probieren. Vielleicht kriegen wir den ja doch. Wenn wir den sehen. Da läuft er wieder. Ich habe keine Lust hier aus dieser Höhe Endsturmangriff auszuführen. Aber ich habe die Art den Augen verbracht, dass wir das nicht überleben werden. Och Mensch! Ich habe keine Ahnung, dass wir das nicht überleben können. So, dumme bleiben, ärmer was? Du bist ja doof! Kannst du irgendwas? Ja, daneben kannst du. Ja. So, wir feuchten dann, denke ich mal, wieder Pfeile. Aber die könnten uns ja holen. Ui! Ui! Toll daneben ist auch vorbei. Toll, in den Punkt geschossen. Kann! Oh! Okay, ich könnte jetzt im Prinzip hier runter. Vorsichtig. Sobald er hier ein bisschen sein Plätzle verlässt. Ich habe dich. So, jetzt können wir gemütlich einsammeln gehen. Ja. Alle kaputt. Sorry. Okay. Ein Rapier. Ein Rapier. Wo haben wir denn Rapier? 95. Okay. Dann macht schon weniger. Aber wer kostet Abo? Weniger. Viel, viel weniger. Und macht ordentlich. Na ja. Hm. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen. Liegt ja noch ein bisschen was umher. Eine Gloop bekommen wir noch. Hier brennt's. Hier brennt's. Was? Super. Gut. Ich bin Nummer eins. Noch eine Gloot. Hier gucken wir dann erst. Hier kommt der Freund. Soooo. Schwert es noch nie was die Abkarten mit Superman. Geschafft! Wugge wugge wugge. Wugge wugge. Wugge wugge. Wugge wugge. Wugge wugge. Aber hier ist ein Bokussitz. Wo ist da Bokussitz? Da ist da Bokussitz. Gut so. Da ist da Bokussitz. Da ist da Bokussitz. Da ist da Bokussitz. So Aha, okay Hier ist wieder eine Lache Eine Blutig Lache Hinterhalt voraus Das heißt doch bestimmt, dass wieder irgendwer nach die Mauer kommt Zeit für Vernunft Dann gehen wir wieder Ich habe keine Vernunft Ich will auch noch keine Vernunft haben Okay Ich will nicht Dann kommt wieder Dann komme ich Finde Ich bin